Alter, wer den jetzt keult, ihr Wigster. Helfer, helfer, ich wurde gerade noch aufsteig oder klein! Habt ihr den so gekeult? Ja, haben wir. Überfall! Haben wir den so oben? Ja. Was ist denn da passiert? Ja, der ist ausgestiegen und gezogen. War ja der Taser gezogen. Wenn wir ein paar Überfalle machen... Überfälle machen... Wenn ich da nicht mit drin sind... Der vorgeht und sagt Überfall Ende hoch. Was? Oder sie sind tot. Ich mach. Dann sind sie tot. Dann wird es darauf hinauslaufen, dass wir Kugeln in verschiedenen Kalimern im Körper stecken haben. Scheiß drauf, wir lassen überfallen die Bastarde! Auf geht's! Äh, ja, fahren sie... Achso, das geht schon. Also, äh, die... Bloody ist mit der Chestnut. Äh, ja! Ich sehe aber keinen Polizisten. Wo sind denn hier Polizisten? Ja, die Supergeheim-Polizisten, die sie gerade sehen, weil die Supergeheim unterwegs sind. Achso. Mikrofon activated. Psst. Wiederholen. Das war raptisch. Psst. Wir haben den grauen Hummingbird gesichtet in der Industrie-Facken-Mitte. Komm und schieb. Und gehört der gerade zu? Äh, meine Frage war wiederholen und nicht kommen. Aber falls ich anscheinend gemeint bin, dass das... Äh, okay. Die Agius-Treppe hat wahrscheinlich mitgehört und wird sich drum kümmern kommen. Psst. Hier sind die Arten des Speichels. Wir haben angezündet. Psst. 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 auf geht's ehrlich gesagt habe ich gerade nur acht an der hand und zwei in deiner mutter wobei es ein loch punkt ich bin gekickt worden da entsteht jetzt also ich weige mich nicht wenn er mich ich schätze mal ja dasselbe jetzt mal ohne scheiß das ist doch jetzt eine totale richtig fett da ihr seid ihr gerade noch auf dem feld der rote auch vor der deckt jetzt auch wahrscheinlich so oder thomas der hander fährt rechts von dir irgendwo oder der fährt auf jeden fall wieder in berghof wo der vorhin war da bin ich jetzt ja der ist bei dir gleich da oben der fährt auf der anderen seite und so bei dir kann der nicht helfen lassen 1,1 kilometer man das ist so an was hast du ja 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 ich versuche näher ranzukommen voller hunter ist das lol ich glaube hier hat ein paar rein und versuche dass ich noch schnell rüber komme ja das ist so Snack ich fahren jetzt damit weg ja mein ihr frith hey das waren nur zwei leute hier im hunter okay ist der hunter noch ganz kannst du an oben sehen Ja, ja.